Dieser wunderbare Sportwagen Ford Focus RS könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Sportwagens erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Viele sportliche Details rundum verleihen Ihnen eine rassige Optik. So auch das Heck mit seinem Doppelauspuff. Graue 19 Zöller mit blauen Bremssätteln verstärken den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Schalensitze mit Lederstoffpolster bieten jede Menge Seitenhalt. Fußmatten gehören natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Focus RS schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Xenon-Licht und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage und ein Navigationsgerät. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem Sportwagen Ford Focus RS und Performance Paket. Wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch keine Verlängerwagen. Schauen Sie doch einfach mal rein. Und betrachten Sie sich diesen Sportwagen. Ford Focus RS. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich vor, dass Sie noch einmal verabschieden. So auch immer, dass Sie schon anrufen haben. Das Team von Wissar ist sehr interessant als Wälder. Das Team von Wunschern ist sehr interessant. Das Team von Wunschern ist sehr interessant. Vielen Dank.